Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus Simulator. Meine Damen und Herren, am heutigen Tag geht's an auf die Gamescom. Ich soll nämlich von Dortmund ein paar YouTuber, die soll ich da abholen und nach Köln fahren. Ach Leute, wer die Gamescom nicht kennt, die weltweit größte Computerspielemesse. Zumindest was die, also was die Leute, die da sind, angeht. Das sind ja teilweise, also jetzt in den letzten Zeiten nicht mehr so. Aber ich glaube 2019 waren eine Million Leute. Auf jeden Fall ein paar Hunderttausende. Ich war auch schon ganz oft da. Hier ein Klick. Ich versuche nämlich jetzt, weil da vorne ist nämlich eine richtig dicke Rutsche. Und da will ich jetzt auf jeden Fall gleich mal runterrutschen. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Da bin ich wieder. So, auf jeden Fall soll ich so ein paar abgehobene YouTuber jetzt mit dem Bus abholen. Ui. Richtiger Doppeldecker. Da lässt sich die Gamescom nicht schlumpen. Nur das Feinste für diese YouTuber. So, das setzen wir uns mal hin. Zielanzeige Köln. So, Motorstaat. You can do whatever you want. You can do whatever you want. You can do whatever you want. Copyright. Copyright. Copyright Music. So. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt wirklich irgendwie so Copyright Music ist. Sonst habt ihr diese Musik nie gehört, Leute. So. Jetzt haben wir los. Hoppa. Ich muss hier schnell nach Köln. Ah, Kopfsteinpflaster. Ist nicht gut. Vorsichtig. Wir weichen kurz auf. Oh, nö. Ich muss hier aber auch längs. Ist ja... Was ist das denn für ein Megastau hier in Dortmund? Haben wir hier die Möglichkeit? Oh ja, hier ist... Hier ist kurz frei. Oh, sag mal. Das ist jetzt... Oh. Alter. Habt ihr das gesehen? Haha. Ich hab niemanden gecrasht. Als ob. Das war ja Augenmaß. So. Da sind doch schon die ganzen YouTuber. Mensch, 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 Mensch. So. Einmal Feststellbremse. So. Ja, hallo, Revi. Guten Tag. Ja, geb ich dir. Ja, einmal Köln. Einmal gebucht hier für dich. Du süße Zuckermaus. Ciao. Summer Trimax ist ja hier auch am Start. Willst du dich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Trimax. So. Einmal nach Köln. Hier, bitte sehr. Vielen Dank. Ja, tip top. So, Monde. Ist das gültig? Ja, ich bin... Natürlich, da musst du doch nicht großartig nachfragen. Dich fahr ich doch sehr gerne da längs. Ja, Mensch. Der German Let's Play. Bitteschön. Ja, aber Menge. Nee, nicht nach Bonn. Nach Köln. Ja, du kannst dich hier direkt wieder verpissen. So, hier sind auch die... Äh, äh, Zwilling... Die Loris. Nee, hier Lisa und Lena sind das. Ja, aber die sind ja keine YouTuber, oder? Ja, hier bitte sehr. Ah, Shirin David ist auch am Start. Ja, hier. Hallo, danke sehr. Mautado. Danke sehr. Ja, hier. Äh, Kenny. Und Julia, Blut und X sind alle am Start. Joey's Jungle, Amsterdam. Ja, blööö. Wir können nach Hause gehen. Irgendwie gibt's noch... Wer ist noch YouTuber? Elotrix. Elotrix. Ganz mit am Start. Dena, komm mit. So, ja gut. Ihr könnt euch... Ne? Ist jetzt voll. So. Äh, 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 ähm. Hallo. Mein Name ist Paluden. Ich bin eigentlich auch YouTuber, aber mich haben wir hier irgendwie nicht eingeladen. Ich soll hier nur arbeiten. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, nennt sich Paluden. Bitte abonnieren. Das wäre wirklich super. Ihr könntet ja ein bisschen auf euren Kanälen ein bisschen Werbung machen für, für Mini-Paluten. Die gibt's nämlich auf paluten.shop. Da gibt's hier kostenlos dabei eine Autogrammkarte. So eine Sorgerechtsübertragung. Die ist von mir persönlich unterschrieben. Wenn ihr so einen wollt, könnt ihr jetzt vorbestellen. Dauert noch ein bisschen, bis er geliefert wird. Der ist noch hier fruchtig in der Produktion. Aber ja, das wäre auf jeden Fall nett. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Stellt euch mal vor, die würden mir alle einen Shoutout geben. Das wäre was, da wäre ich... Würde ich nach oben katapuliert werden. Was ist denn mit den Wegen los? Mann, ihr YouTuber, ihr müsst auch mal euer Scheiß-Handy zur Seite legen. Nicht immer nur hier daddeln mit Instagram und auch, ich bin hier ein bisschen, ein bisschen auf TikTok. Im Paläto natürlich. Ich weiß, der Bus ist kein PKW, aber müssen Sie jede Kante mitnehmen? Dann müssen Sie jede Kante mitnehmen? Ich gebe dir gleich mal siamesische Kantenschläge. Da musst du aufpassen, wenn es sowas gibt. Das ist ganz gut, dass die jetzt nicht großartig Internet haben, weil das Land landet doch direkt wieder im Internet. Sag mal, was ist denn los mit euren Scheiß-Wortsteinen? Es tut mir leid, ich bin ein bisschen nervös hier. Wenn ich hier die YouTube-Prominenz... Ja, das WLAN-Passwort ist... Ich sage... Oh, da war Polizei. Leute, wir sind jetzt auf der Flucht. Das war eine Ampel. So, auf die Autopra... Ich komme in die Toilette nicht rein. Nee, 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 nee. Ihr ganzen YouTuber, ihr esst doch immer nur hier so... Was? Fastfood. Das war wirklich ein Bock. Ist das hier keine Heizung? Sag mal, die sind ja... Können die mal aufhören, die ganze Zeit rumzuheulen? Das ist keine Heizung. Ich habe kein Essen. Ich muss auf die Toilette. Ach, Leute, die Gamescom. Ich glaube, mein erstes Jahr auf der Gamescom... War das 2015? Nee. 2014? Oh, sag mal, was macht denn der Alter? Glücklicherweise habe ich Reflexe wie eine Katze. So, was hat denn der Taxifahrer gemacht? Wo war ich stingen wie im Ohr? Das eine Jahr, wo wir Minecraft Clash gemacht haben... Da waren wir so auf so einer großen Bühne. Das war... Boah, mit den Zahlen komme ich durcheinander. Ich werde es einblenden. Hier auch noch ein Clip. Alle Hände nach oben. Wir sind jetzt soweit für das große Finale auf der YouTube-Gaming-Bühne. Minecraft Clash. Mach mal alle Lärm für Redi. Mach mal Lärm für Lena. Mach mal Lärm für Maluta. Oh, jetzt... Jo, es gab viele geile Momente. Ich weiß auch gar nicht, ob es dieses Jahr eine geben wird. Ja, das Wille am Passwort habe ich mir auf dem Arsch tätowiert. Da muss man mal abwarfen. Letztes Jahr gab es keine. Surprise, surprise. Jo, es läuft ja momentan alles relativ gut. Mal schauen. Also, weil ich glaube, das wird da... Ich weiß nicht, wie das ablaufen wird. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Ich weiß es nicht. Revi? Revi, schminkst du dich gerade? Ah ja, dachte ich mir schon. Gamescom ist aber an sich schon was Cooles. Man darf allerdings nicht dahin gehen, Leute, um YouTuber zu treffen. Das machen super viele Leute und sind dann enttäuscht. Das ist eine Computerspiele-Messe, Leute. Geht da hin, weil ihr ein paar Games gucken wollt oder euch mit Freunden treffen wollt. Gute Zeit haben. Aber nicht, ich brauche jetzt Autogramm von dem und dem. Ey, Leute, ihr seid süchtig. Runder weg mit Tixhawk. Weg mit Snapchat, Instagram. Schaut aber auch bei meinem Instagram-Account vorbei. Nennt sich Paluten. Surprise, surprise. Jetzt ist hier aber... Oh, was ist das hier für ein Bus? Der FC Bayern München. Sag mal, da sitzt doch der Lewandowski drin. Ei, 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 ei. Oh, was ist das? Ist es die Bay-Arena? Leverkusen Park. Das ist aber ein schicke Stadt. Da bin ich tatsächlich auch schon mal dran vorbeigefahren. Oh, wir müssen hier auch schon runter. Als ob. Zack, zack, Alter. Kein Problem. Ja, Mr. Audi TT, machen wir jetzt nicht diesen. Ja, sehr gut. Gibt es hier keine Heizung? Doch, es gibt eine Heizung, Omi. Aber das muss jetzt ja hier alles nicht sein. Ja, perp. Hey, ich würde gerne ins Internet. Hey, sag mal, du hast doch bestimmt so einen Datenplan. Ihr YouTuber, ihr seid doch alle so reich. Mach, weil so ist ständig irgendwelche Videos mit euren Autos. Aber nicht mal Geld für so einen Datenplan. Aber der Schlimmste von diesen ganzen YouTubern, der ist dieser Paluten. Ei, 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 ei. Sag mal, der schlürft immer an seiner Flasche. Vorsichtig. Rülpst in seinen Videos, habe ich auch schon gesehen. Ei, ei, ei. Das ist einer. Ich komme in die Toilette nicht rein. Och, Mann, du kommst in die Toilette nicht rein. Hier, komm. Schnapp diese. Oh, nee, nicht Flasche. Aber hier. Es wird zwar eine ganz interessante Sache. Oh, Gott. Mit dieser Flasche. Aber ihr könnt hier reinpinkeln. Ich weiß nicht, wie ihr das schaut. Oh, vorsichtig. Sag mal, was bremst du denn? Aber was anderes habe ich jetzt nicht. Sag mal, du willst mich doch jetzt hier fahren. Der will mich ausbremsen. Das ist ein Überfall, Alter. Das ist ein Überfall von Twitch. Oh, Gott. Alter Schwede. So, vorsichtig. Warum fahren Sie Slalom? Weil wir gerade einen fetten LKW gerammt haben. Wie funktioniert das mit dem Fehler? Alter, könnt ihr Süchtigen bitte mal den Mund halten? Sag mal, was ist denn los? Liest ein schönes Buch. Ich habe gehört, dieser Palou. Doch, ist doch ein Top-Kerl. Was war das denn? Oh, es hat bei mir geklingelt, Leute. Es hat bei mir geklingelt. Das ist mein Essen, Leute. Jetzt gibt es glatt. Hier, warte. Ich kann euch den Salat mal hier so lecker Schmeckerzeichen. Oh, was ist denn da los jetzt hier? Oh, guckt euch mal den Feini an hier. Ja, gut. Sieht vielleicht ein bisschen. Ich kriege jetzt gar nicht so richtig. Ja, gut. Sieht vielleicht aus, als hätte da jemand reingeschissen. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Mein Vater wird mit mir schimpfen. Weil ich glaube, ich habe heute ein bisschen viel geflucht, oder? Aber ja. Wie war nochmal das WLAN-Passwort? Da muss ich auch einfach mal sagen, Papa, woher habe ich das wohl? Ob vielleicht bei uns im Haushalt dann doch mal das eine oder andere mal Scheiße gesagt wurde? Ja, zumal. Ey, ich denke mir auch immer, die Kids hören doch auch in der Schule noch ganz andere Schimpfwörder. Ganz ehrlich. So. So, Games, komm. Wir kommen, Alter. Vorsicht. Das ist ja die reinste Buckelpiste. Ja, brech. Kann ich auch nichts für. Vor allem, was kann ich denn für die Straßen in Köln? Irgendwann hört es auch mal auf. Irgendwann ist dann auch mal bei mir vorbei. Wie funktioniert das mit dem WLAN? Ich nehme die WLAN. Okay, das war ein bisschen knapp. Ich freue mich, ich habe richtig Bock auf meinen Salat. Da ist auch so ein kleiner Schlemmer-Salat. Da ist ja noch so ein bisschen lecker Champignons dabei. Zwei kleine leckere, so Brotknifften. Weißt du, du kannst ja nicht nur ein bisschen... Scheiße. Ist ja gerade geblitzt worden. Ja, und? Also, dass da... Ich weiß, dass der ein oder andere YouTuber, wie zum Beispiel ein sehr geehrter Insko, hat, glaube ich, auch schon mal seinen Führerschein kurzzeitig verloren. Da kann mir das ja wohl auch mal passieren, zweimal geblitzt zu werden. Zumal war ich, glaube ich, nicht zu schnell. Wie war nochmal das WLAN-Passwort? Das ist schlimmer als Crack. So, ihr Abgehobenen. Oh, Scheiße. Was ist denn jetzt los? Ach, komm. Ich fahre da jetzt einfach rückwärts. So, zack. Ja, schön rückwärts rein da. Köln freigeschaffen. Überbringlich kaum zu glauben. Ja, viel Spaß auf der Gamescom, ihr Süßen. Und empfehlt mich bitte alle weiter. Das wäre wirklich... So. Ich gehe jetzt auch auf die Gamescom. Tschüss, Leute. Ja, alles grün. Also hier grün. Da, Radarkontrollen. Ja. Sieben Bordsteine mitgenommen. Ja, alles gut. So, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde vom FNB-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier ist jetzt auch der DIN-Paluten-Kanal. Schaut auch auf paluten.chop vorbei für den kleinen Mini-Paluten. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Tschau, tschau. Tschau, tschau.